Wir haben die Katze gesucht, nicht gefunden. Wir haben unter dem Dach drauf nachgeschaut. Wir haben im Entlüftungsschacht bzw. in einem Schacht nachgeschaut, wo die Antenne reingeht. Dort wäre eine mögliche Steigmöglichkeit für die Katze. Als wir über das Dach hochgingen, haben wir kein Läuten, kein Schreien, kein Mohnen, kein Miauen mehr gehört. Ich denke, wir können nicht einfach Verdacht aufmachen, aber die Katze sitzt mit Sicherheit irgendwo unter dem Dach. Jetzt ist die Frage natürlich, was für einen Akt machen wir? Sprich, nehmen wir das Dach runter, aber das können wir zu dieser Stunde nicht machen. Ich habe jetzt der Katzbesitzerin gefragt bzw. empfohlen, dass sie morgen einen Handwerker holt, wenn sie morgen das Miauen wieder hört und wenn die Katze bis da nicht rausgekommen ist. Aber vielleicht kommt die Katze ja über Nacht raus und dann wäre ja alles erledigt. Dann hat sich ja alles zum Guten gewendet. Mehr kann die Feuerwehr heute Abend nicht tun, leider Gottes. Aber ich denke, die Katze, die kommt vielleicht unter Umständen diese Nacht wieder raus.